so liebe zuschauer hier seht ihr ein lustiges spektakel der renaufahrer hier versucht diesen berg hier diese auffahrt hier hoch zu kommen aber er scheitert das dritte mal gescheitert mal gucken wie lange das durchstellt man versucht er nimmt wieder schwung machen wir den saunter leiser was die rachel er nimmt wieder schwung aber man hört schon er tut sich schwer weil ich will sogar der darf packen mit 64 auf der renault zur frage und 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 nein er hat sich wieder ausgeben ich habe der Fakt ist gerade richtig ab es wird vergessen ich wirst hier sichergestellt er wird schon dessen wir haben sieben 90 Abos das kann eigentlich nie sein aus der Schöne verpasst da vielleicht ist doch wer von mir so das geben uns jetzt noch einmal und dann fangen wir weiter Flieger und wie schnell fertig runter ich glaube dass er hinten in der Ecke mit auf die Aussicht so sind wenn er jetzt wissen dass ich die Verfolge mit der Flaggen jetzt holt der aber Anlauf ich glaube das wird die Vorlaufachse sein ja ja die Vorlaufachse, die stoppt denn die hebelt sich aus jetzt will er es aber wissen ja man sieht es ich sehe schon aus der Karte ich glaube der will über das Ziel hinausschwimmen hast du das Gefühl? ich glaube der Renault braucht den Anlauf ist ja ein Renault ja immer alter der parkt hier nicht Entschuldigung der ist da hinten losgefahren mit Vollstoff wahrscheinlich kommt er drauf und jetzt schwung von denen oder er versucht er zurückwärts ne was hat der jetzt vor er braucht sich Anlauf ok er fährt los er fährt los komm schon komm schon komm schon du sollst ihn mal schalten du sollst ihn mal schalten Alter du sollst ihn mal schalten ja ja So Jungs, dann geht mal wieder ins Spiel rein, auf gehts, Handy weg, sonst wirds teuer. Geben Sie Gast, Joel. Ja, eigentlich will ich jetzt mich. Äh, Max? Lass mal langsam mal machen, Zeit ist Geld und Geld habe ich keins. Fahren wir gleich wieder rüber, dann werden wir in England. Ja, ich möchte, wir fahren wieder rüber. wie sucks. Da sind wir dran. Ja, wir wollen, wir wollen. Ja, wir wollen. Ja, wir wollen, wir wollen. Bis zum nächsten Mal.